Wahrscheinlich hier beim Ausgang gibt's eins, vielleicht, oder? Nee. Irgendwo war hier doch eins. Ich bin nur entbläht. Hä? Wo war hier eins? Nee, das kann nicht sein. Ich bin hier doch vorbeigelaufen und ich war mir sicher, dass hier irgendwo einer war. Hier war 100% einer am Weg. Äh. Äh. Hä? Äh. Okay, das macht no sense hier. No sense at all. Okay. Können wir irgendwie irgendwelche Waffenmärchen stellen oder so? Nee, Wackfell. Nee. Hier. Hier ist einer. Äh. Hier. Einmal. Hä? Anschlagen. Okay. Oh, dann müsste es 100%ig auch irgendwo im Hafen einer geben. Nicht direkt am Hafen, sondern wahrscheinlich hier oben irgendwo. Wahrscheinlich hier am Marktplatz. Oder was das hier ist. Hm. 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 Irgendwie nicht. Wird sich das jemals ändern? Oder hier irgendwo. Hm. 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 Super, wir sind wieder hier. Wir haben nur einen gefunden. Ich hab mir das schon. Okay. Dann sollte es dann... Nee, falsch. Es sollte vielleicht im anderen Tor eingeben, eventuell. Also hier irgendwo vielleicht. Äh. Wie du siehst, hab ich es nach einer langen Reise geschafft, hierher zu kommen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Das hab ich auf dem Weg gesammelt. Vielleicht kannst du es gebrauchen. Hm. Danke. Danke. Du erzählst sicher so einiges. Glaubst du wirklich? Lol. Okay. Wir können nur abwarten. Nee, hier ist auch nichts. Hm. Da ist eins. Aber das ist ja nur hier. Oh. Zack. Zack. Aber wir haben schon mal zwei von vier. Hier oben ist nix, glaube ich. Nee. Wenn wir runterjumpen einmal. Ich glaube auch nix, oder? Doch. Hier ist noch eins. Okay. Drei. Aber dann brauchen wir noch eine. Hm. Äh. Wo noch? Eigentlich nochmal irgendwo. In der Stadt. Aber wo genau? Hier vielleicht irgendwo? Gibt's hier irgendwo etwas? Familie ist für jeden ein Platz. Denn alle kümmern sich umeinander. Als wären sie Brüder und Schwestern. Noch mehr Ärger. Hm. Hm. Es muss im Hafen irgendwo einer geben. Nur wo? Hm. 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 Hui. Zack. Wo ist hier ein Stingensbums? Oh. Hallo Südländer. Hä? Euer Chef ist tot. Sorry, man. Ah, yeah. Yeah, man. Okay. Alles klar, dann haben wir... Äh. Marvin, so sieht man sich wieder. Wie ich sehe, hast du es dir hier schon richtig gemütlich gemacht. Wie geht's dir? Hast du Jan gefunden? Wer ist das nochmal? Weiß nicht. Das ist eine lange Geschichte. Das ist eine lange Geschichte. Ich verstehe es schon. Du musst es mir nicht sagen. Ich hoffe, dass am Ende alles gut geht. Danke, Kazim. Und was stöberst du da? Brauchst du vielleicht Hilfe? Der Richter hat mich beauftragt, diese Bekanntmachung über die Versteigerung eines Hauses in der Altstadt zu verteilen. Tja, naja. Irgendwie muss man ja über die Runden kommen. Ich versuche ebenfalls zu kriegen, was ich kann. Ich habe noch ein paar Sachen zu tun. Viel Erfolg mit diesen Bekanntmachungen und pass auf dich auf. Vielen Dank, Alter. Vielleicht hast du Lust, mir zu helfen. Ich habe vor, dieses Haus zu kaufen, aber dabei brauche ich Hilfe. Das Haus kaufen? Aber das muss doch ein kleines Vermögen wert sein. Ich habe die Bekanntmachungen vertauscht. Alle werden denken, die Option ist in drei Tagen. Auf diese Art sollte der Preis niedrig bleiben. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Was soll ich tun? Ich möchte, dass du dich als reicher Händler verkleidest und in deinem Namen auf das Haus bietest. Wenn es vorbei ist und etwas Gas über die Sache gewachsen ist, kaufe ich es von dir zurück. Du riskierst nichts und machst einen ordentlichen Gewinn. Das ist nicht unbedingt legal. Ja, aber... Ach, warum auch nicht? Immerhin hast du uns allen geholfen, als wir im Dorf angekommen sind. Wer weiß, vielleicht hätte der alte Albin uns alle in den Kerker werfen lassen, wenn du nicht gewesen wärst. Ich sehe allerdings zwei große Probleme. Ich sehe nicht gerade aus wie ein Händler und noch weniger habe ich das Gold, um auf das Haus zu bieten. Ich kümmere mich um die Verkleidung und das Gold. Okay, ich warte am Eingang zur Altstadt vom Hafen aus auf dich. Sehr gut. Okay. Bitte. Schneidereien der Nähe des Marktplatz kann ich mir wahrscheinlich besorgen. Tausend soll jetzt... Ah, okay. Ja, das kriegen wir zusammen. Schneiderei, Marktplatz. Okay. Oh, noch mehr Südländer. Das ist sehr wahrscheinlich. Nicht, dass die irgendwann mich töten wollen, was ich gemacht habe. Schneiderei. Warte, nochmal eine Schneiderei. Ne, jetzt mal... Ah, wahrscheinlich da, wo Thomas sein Bier hat, ne? Haben wir Lederbeutel? Oh, what? 999. Okay, wir haben die 1000. Lol. Okay, das ist echt ein Zufall. Oder ist hier irgendwo die Schneiderei. Oder ist hier irgendwo die Schneiderei? Hier ist ja dieser Rüstungsmacher, aber ist ja kein Schneider. Äh, Fleischerei. Kann man bei ihm, äh, jetzt endlich mal Fleisch verkaufen? Hey. Ich find's so schade. Ich find's so schade, dass wir hier nicht irgendwie mehr Fleisch verkaufen können. Das war am Anfang so strong. Nur wie Kong-Strong. Aber leider mit Kong-Strong funktioniert das irgendwie nicht mehr. Höh! Okay. Ah, das sind die Viehleute wieder. Aber einmal sind die da, einmal sind die weg. Das verstehe ich nicht. Alter. Und die haben wieder diese unsichtbaren Rüstungen, ey. Oh, Mann. Immerhin, ja. Oh. Genau, Schneider wollten wir. Schneider, Schneider. Also, hier ist der Marktplatz. Hier ist... Jäger. Bäcker. Irgendwo war's doch. Ah, ja, hier. Stimmt. Genau. Hä? Schneider. Äh, edle Händlerkleidung, verschlissene Büro... Oh, Gott, das wird teuer. Passende Kle... Oh, Gott. Ja, okay. Da müssen wir das halt machen. Blau. Immer blau. Mit oder ohne? Mit Hut. Gut. Ach, geil. Okay. Das feier ich. Auch wenn wir jetzt hier das nicht brauchen eigentlich, aber... So cool. Okay. Jetzt müssen wir halt Sachen verkaufen, Leute, um die 400 Gold zu bekommen. Schürferkleidung brauchen wir noch. Komm, wir verkaufen die Sachen. Golder Kech. Das da. Das da. Bis da. Bis da. Bis da. Kommt, ein bisschen. Auch mit labaulich. Königliche Kundschafter bestätigen, dass die Insel Londramm von den Orks eingenommen wurde. Und... Wir können jedoch versichern, dass es keinen Grund zur Panik gibt. Alle Einwohner der Insel wurden im Vorhauers evakuiert. So. Die Armee Möthanas beraten sich derzeit darauf, vor dem Feind den letzten Stoß zu versetzen. Und die Kommandanten versichern, dass die Insel Londramm läuft. Ja. Weiß nicht, ob es ein Fehler war, aber wir brauchen halt das Gold, ne? Fuck. Falsch gegangen, gell? Ja. Karzem, das war doch einer von den Flüchtlingen, oder war das einer von dem Dorf einfach? Ich glaube, er war mit uns im Schiff dabei. Ich glaube. Ja. Okay. Hoffe ich mal, dass wir ihn direkt finden. Kein Bock, jetzt hier ihn zu suchen, jetzt, Alter. Was hat er gesagt? Er sagte, Tor zur Altstadt auf der Hafenseite. Ah, okay. Da müssen wir einmal rum rumlaufen. Ist ja auch kein Problem. Und dann... Ja. Wie immer taucht die Händlergelder auf, wenn du sie am meisten brauchst. Diese verdammten Wachen lassen mich nicht rein. Und ich muss eine sehr wichtige Lieferung abliefern. Wie wäre es mit einem großen Beutel Gold, wenn du dafür ein paar Schritte gehst? Die Sache ist ziemlich heikel. Also muss... Okay. Klingt interessant. Gold stinkt nicht. Okay, hör gut zu. Du bringst diese kleine Schatulle in das Zimmer im obersten Stockwerk des Hotels und stellst sie neben das Bett. Wir treffen uns danach wieder hier. Ich bringe den Auftrag hinter mich und du hast etwas Gold in der Hand. Was ist in dieser Schatulle? Sagen wir, ein kleines Geschenk für einen alten Freund von mir. Er weiß nicht, dass ich hier bin und ich möchte ihm eine kleine Überraschung bereiten. Irgendwie wittere ich nichts Gutes. Wir machen es einfach mal. Wir können ja aber schon mal das triggern, oder? Wo ist denn der? Da ist er doch. Hä? Sag mir nicht, dass hier 400 Gold jetzt umsonst waren. Ich hoffe es, wirklich. Oder müssen wir auf den Tag warten. Ich weiß nicht. Jetzt gehen wir erstmal diese Quest erledigen. Sonst, Alter. Sonst würde ich richtig sauer sein. Sonst würde ich richtig sauer sein. So. Ich möchte ein Zimmer mieten. Oh, will er aber nicht. Ich glaube, du gehörst... Ich habe ein sehr wichtiges Paket, das ich auf Befehl von Lorenzo ausliefern soll. Es muss direkt in das Zimmer des Empfängers gebracht werden. Willst du, dass die Gilde deinetwegen aufgehalten wird? Nein, natürlich nicht. Es ist nur nicht ganz im Einklang mit unseren Regeln. Du kannst natürlich hier auf die Person warten, die du beliefern sollst. Ich warne dich noch. Ja. Hm. Kommen wir anders hier rein? Schlafsauber. Was sagen wir da dazu? Äh, haben wir das überhaupt? Ja, klar. Hoffe einfach, dass es keine Bombe ist oder so. Ich frage mich nur, in welchem Zimmer wir das machen sollen. In der obersten Etage, oder? In der obersten Stock, ja. Neben... Neben dem Bett. Ich bin außen. Es wird Zeit, einen für die Statute zu suchen. Machen wir doch einfach... Hier, ja. Ich hoffe echt, dass... Ich hoffe echt, dass das irgendwie gut endet, ne? Ich hoffe nicht, dass es eine Bombe ist, wirklich. Dann ist es scheiße. Oder irgendwas... Oder irgendwas... Überprüfen. Überprüfen. Chronik. Wo denn? Ah. 100 gold elixier des lebens nachricht von den südländern elixier des lebens ist geil alle bauen diese ganzen zettel mal nicht mehr wirklich leider will ich mich drängen an die ich weiß cool cool perfect Oh Okay Also Gucken wir mal Ich habe ein seltsames Gefühl, dass ich nicht trinken sollte Okay, wir lassen es lieber Oder soll ich die Kleidung tragen? Nee Gehen wir mal schlafen Würde ich sagen Milo Ah, du hast geschlafen Ah, okay Jetzt noch einen Takt Zack, mein Gebot abzugeben Okay, dann gehen wir halt mal Zu dem Richter, würde ich sagen Erstmal Gehen wir mal zum Richter Genau, das habe ich auch gesagt Hey Welche Gesetze setzt du Hä? Dann müssen wir noch eine kaufen, weil das wäre ja richtig behindert. Steht es gerade echt nicht. Wo können wir diese Auktion abgeben? Kaufen meine Billo 200 Gold Bürgerrüstung. Bürgerrüstung. Oder muss ich zu ihm? Nee. Wer ist Lutz eigentlich? Aber die Details kann ich nicht verraten, was dich wahrscheinlich nicht überraschen wird. Für mich ist das Wichtigste, dass ich das Geschäftliche mit dem Angenehmen verbinden kann. Was soll das heißen? Ach, Horlos ist meine Heimat. Es ist schön, nach so vielen Jahren wieder da zu sein. Und eine Pause von diesem verdammten Krieg und den noch nervigeren Höflingen zu machen. Hm. Wenn wir Ihre Kultur studieren würden, könnten wir wahrscheinlich eine Antwort auf diese Fragen finden. Wie ist die Lage an der Front? Schlecht. Die Orchs sind starke Gegner und die Offensive rückt immer weiter vor. Leider sieht es mittlerweile so aus, als würden wir anfangen, diesen Krieg zu verlieren. Wenn der König sich nicht bald etwas einfallen lässt, kann nicht einmal General Lee das Blatt noch wenden. Steht es so schlimm? Ja, der militärische Erfolg des Feindes ist nur ein Problem. Ein viel Schlimmeres ist die schwindende Moral aller Muthaner. Soldaten, die auch Zivilisten mit, Tag für Tag. Zuerst haben wir nur ein paar Dörfer für unseren Rückzug geopfert. Andernfalls hätten wir unsere Truppen nicht neu formieren können. Ich weiß nicht, was die Orks mit diesen Leuten gemacht haben. Und ich will es lieber auch nicht wissen. Der Rest der Bevölkerung war von den Neuigkeiten nicht begeistert. Niemand vertraute der Armee des Königs mehr, weil nur wenige Verständnis hatten, dass der Krieg so etwas erfordert. Und wenn ich Armee sage, das ist ein guter Witz. Eher ein Haufen Bauern, Banditen und Raufpolle, die man zwangsrekrutiert hat. Auf Befehl unseres Königs, Oberstes Zweiten. So ein Haufen kann nichts ausrichten. Ihnen fehlt die grundlegende Ausbildung und die Disziplin von moralischen Prinzipien ganz zu schweigen. Und wir haben die Zeit nicht mehr, Ihnen das von der Pike aufzulehren. Die königliche Armee opfert also Zivilisten? So ist die Wirklichkeit des Krieges. Natürlich kommen hier nur die Geschichten von den edelsten Taten und Helden an. Denn die Situation im Archipel ist bereits angespannt. Wenn wir uns bloß nicht mit all diesen Hörflingen herumschlagen müssen, die nur darauf warten, dass der König wieder einen Fehler macht. Ach, reine Zeitverschwendung. Okay. Ah, okay. Hm, okay. Danke für die Informationen. Ich muss jetzt los. Kein Problem. Wenn ich darf, würde ich dir auch gerne eine Frage stellen. Nur zu. Warst du schon mal in Silbach? Ja, war ich. Kennst du dort eine Frau namens Martha? Martha. Die fiese alte Hexe. Hm. Martha? Meinst du diese fiese alte Hexe? Nun, man kann wohl nicht leugnen, dass er einen schwierigen Charakter hat. Aber wie sie kochen kann. Ich träume heute noch von ihrem Eintop. Hast du dich in ihre Kochkünste, wenn sie verliebt? Kennst du das Sprichwort, Liebe geht durch den Marken? Ich habe davon gerührt. Also, was hat es mit Martha auf sich? Weißt du, bevor ich die Insel verlassen habe, um ein Traumgadist zu werden, zu verwirklichen, waren Martha und ich? Nun ja, wir waren ein Paar. Jetzt wird's interessant. Natürlich hat sie es immer erst eine Träumerei ohne wirkliche Aussicht auf Erfolg abgetan. Sprich weiter. Man könnte sagen, dass wir nicht gerade als Freunde auseinandergegangen sind. Was meinst du damit? Naja, eines Tages bin ich einfach auf ein Schiff zum Festland gestiegen und ich habe mich nicht mal von ihr verabschiedet. Könntest du rausfinden, ob sie immer noch sauer auf mich ist? Es ist schon ein paar Jahre her. Vielleicht hast sie es mittlerweile auch vergessen. Junge, du solltest doch selber zu ihr gehen. Eilands Sack. Der Weed nach Silbach ist lang und gefährlich. Entspann dich. Ich werde mich bei dir erkenntlich zeigen. Ich gebe dir mein Wort als königlicher Gardist. Wenn das so ist, werde ich sie nach dir fragen, sobald ich in Silbach bin. Herzensbrecher. Pulver. Hey. Ab. Bisschen cool aus. So. Passt es oder nicht? Mann. Ich möchte jetzt nicht so viel Gold ausgeben. Oder macht man das wirklich dann in dem Tag? Ich hoffe es. Nicht, dass ich uns sonst Rüstungen kaufe, ne? Oh. Wir gehen jetzt einfach nochmal schlafen, würde ich sagen. Das Königreiches Eigentum muss registriert werden, damit es im Falle eines Falles von der Obrigkeit zur Verteidigung der Insel beschlagnahmt werden kann. Für jedes beschlagnahmte Boot wird eine angemessene Entschädigung bezahlt und es wird nach Beendigung der Nutzung dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Bei Registrierungsversäumnis eines Bootes wird das Königreich von Wirtaner vollem Besitz ergreifen. Alter, wie geil wäre es, wenn wir dieses Haus bekommen und wir können uns das Haus wirklich selber einrichten, Alter. Wie so ein Sims oder so. Das würde mein ganzes Vorstellungsvermögen, was das Spiel kann, nochmal ums Vielfache verbessern, Alter. Okay, dann müssen wir wirklich nochmal schlafen gehen, wahrscheinlich. Wir speichern aber nochmal am besten so D5 oder so, wo ich lange nicht mehr gespeichert habe. Damit wir einfach ein Safe-Safe haben, falls wir es versäumen oder so. Ich möchte es unbedingt kaufen. Was so... Naja. Hä? Clown. Weißt du, was die Madia wären, wenn man ihnen ihre Runen wegnehmen würde? Wohiniert. Okay, der war echt gut. Der war echt gut, Mann. Zuschauer. Hallo Herr, möchtet ihr eine Vorführung meiner Feuerstucker-Fähigkeiten sehen? Diese unglaublich gefährliche Kunst wird für nur 30 Goldstücke vorgeführt. Okay. Ich verstehe es nicht. Haben wir noch so einen Zettel? Kann man nicht lesen. Kann man nicht lesen. Sagen, also nochmal so ein Tagebuch-Eintrag. Vielleicht muss es auch mittags oder abends oder so sein. Ja, ja. Ja, 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 ja. Na bitte, geht doch. Ja, ja, ja. Ruhig. Immer ruhig bleiben, Leute. Brauche nur einen Schlafplatz. Mehr brauche ich nicht. Ja, 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 ja. Hallo mein Freund. Neuer Fachholos? Ich glaube, ich habe dich hier noch nie gesehen. Vielleicht bist du auf der Suche nach Arbeit? Ein einmaliges Geschäft. Du wirst es nicht bereuen. Komm näher. Ich will nicht zu viel Aufsehen erregen. Hör zu, wir haben eine Eisenmine gefunden. Ha, ich habe das Glitzern in deinen Augen gesehen. Ich bin überhaupt nicht überrascht. Mir wird immer noch ganz schummerig, wenn ich daran denke. Das Problem ist, dass Eisen gar nicht so einfach zu schürfen ist. Das verdammte Zeug ist tief im Felsen und es wird einige Arbeit mit der Spitzhacke erfordern. Also, bist du interessiert? Ja. Warum nicht? Sag mir einfach, wann und wo. Nun, das ist der Mann, den ich gesucht habe. Wir sehen uns dann am Westtor. Ich hoffe, meine Freunde haben auch jemanden gefunden, der ihnen hilft. Wir werden auf dich warten. Hoffen wir mal, dass es keine Verarsche ist. Sieht irgendwie nach einer Falle aus, aber ja. Hier gibt es einfach kein Bett. What the hell, man? Ugh. Bewusstsein. Du weißt das nicht. Du weißt das nicht. Du weißt das nicht. Der arbeitet auf dem ganzen Teil. ich will ein bett einfach ein bett zum schlafen ist hier ist was suchst du hier was suchst du hier was suchst du hier mittag du hast ja ich hatte nachts morgens ok ich verstehe es nicht ich verstehe gerade die mission nicht was ich machen soll ich verstehe es nicht müssen wir wo müssen wir es abgeben wo bei morris hier 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 Hey, du. Also ich soll, ich soll auf jeden Fall zu ihm gehen, zu Kasim. Und jetzt sind wir eigentlich beim dritten Tag, aber egal, das ist jetzt egal. Und es funktioniert trotzdem nicht. Brauchen wir wirklich noch eine Rüstung, oder bin ich jetzt komplett behindert? Hallo, was ist jetzt los? Was macht der? Ja. Das war's für heute. Ich verstehe nicht, was ich machen muss. Ich verstehe nicht, was das Spiel von mir will. Oder bin ich beim falschen Schneider und da gibt es noch einen? Ich hatte so lange nicht mehr diesen Moment, dass wir so lange über etwas suchen müssen. Okay, ich lade mal hier nochmal, wo wir diesen Beutel nehmen, weil da theoretisch haben wir ja schon noch keine Rüstung gekauft. Oder? Ich glaube, da haben wir noch keine Rüstung gekauft. Haben wir die gekauft? Ja, okay. Aber wir haben die andere Rüstung auf jeden Fall nicht gekauft. Okay, dann gehen wir nochmal zum Marktplatz. Vielleicht habe ich tatsächlich den falschen Schneider ausgewählt gehabt. Vielleicht gibt es da noch einen irgendwo. Aber das ist dann wirklich weird. Ich verstehe das echt gerade nicht. Eindeutigerweise ist halt oben dieses Schneider-Symbol, ne? Es gibt auch nur den... Ja. Es gibt nur diesen Schneider. Oh, warte mal. Da gibt es ein paar Pflanzen. Cool. Was ist das? Keine Ahnung. Haben wir schon mit dem geredet? Ich hoffe es. Muss man nochmal alles durchskippen. Na, okay. Das ist nicht schlimme Sache. Schneiderei. Das hätte ich doch besser wissen müssen. Oder muss brauchen wir doch zwei. Ich kaufe mal zwei. Edle Händlerkleidung nochmal. Wir machen diesmal rot. Und wir machen mit Hochtauch. Und... Ja. Wir haben jetzt zwei gekauft. Äh, sogar zwei. So. Müssen wir nochmal ein paar Stuffs verkaufen gehen. Natürlich. Ähm... Es geht mir weiter. There. es. Ja, brauchen wir noch mal 1000 Gold. Ist es ein Händler auch? Oder macht der nur... Okay. Ich habe alles, Junge. Was willst du noch von mir? Ich habe doch jetzt alles, was wir brauchen. 1000 Gold? Ja, und einen reichen... Alter, ich habe eine fucking Händlerreich krasse Kleidung. Ich sehe reicher aus als... Keine Ahnung. Matt? Leute, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, was das Spiel von mir will. Es ist noch ein Tag Zeit, um ein Gebot abzugeben. Wo kann man ein Gebot abgeben? Komm, gehen wir mal zu Moritz. Vielleicht hätten wir das mal machen sollen. Ich verstehe es nicht. Versteht ihr das, Leute? Hinsenlmente. 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 Wo ist das? Hinsenlmente. Hinsenlmente. Ärger? Hinsenlmente. Das war's für heute. Na, immerhin hast du wenigstens Gold dabei. Die Waffe nehme ich mal besser. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Okay. Hey, du! Nein, nicht die Kleidung, nicht die Kleidung. Wer hat die Kleidung verkauft? Nein, nicht die Kleidung.